Du Du reißt alles ein, doch dein Sturm zieht vorbei Und wenn du jetzt glaubst, dass ich hier und da geh Ich tanze im Regen, nichts hält mich auf Jeder Tropfen ein Leben auf meiner Haut Ich vergesse all die Tränen und feier die Nacht Bis die Sonne wieder lacht, für mich lacht Tanze ich weiter im Regen und irgendwann reißt der Himmel auf Der Traum von uns ist beendet Unser Wunder wird nicht mehr wahr Egal wie schwer es auch endet Was loszulassen macht mich stark Der Sturm nimmt dich mit, doch ich treibe zurück Und wenn du jetzt glaubst, dass ich hier und da geh Ich tanze im Regen, nichts hält mich auf Jeder Tropfen ein Leben auf meiner Haut Ich vergesse all die Tränen und feier die Nacht Bis die Sonne wieder lacht, für mich lacht Tanze ich weiter im Regen und irgendwann reißt der Himmel auf Tut es noch weh, wenn wir uns wiedersehen? Und was wirst du fühlen, wenn du mich tanzen siehst? Komm, wir tanzen im Regen Komm, wir tanzen im Regen Wir vergessen die Tränen und feiern die Nacht Bis die Sonne wieder lacht, für mich lacht Komm, wir tanzen im Regen Und irgendwann reißt der Himmel auf Auf Wiedersehen, wenn du mich tanzen bist Willkommen? Ich bin Sony Willkommen Меня Willkommen Ich bin Sön Vflicht Es sind Es ist Zig Wander Es ist Ich habe Es Es Ich habe Es Es Ich halte solche Jugendbegegnungen für sehr, sehr sinnvoll, weil es hilft, gegenseitiges Verständnis aufzubauen und man lernt Menschen aus einem anderen Land kennen und kann sich sprachlich verbessern und vieles Interessantes erfahren, das finde ich sehr gut. Mir ist die Gespräche mit Erikan über die Partei, über die Partei-Systeme in Niemczech, welche politische Begründe haben in Niemczech, und es war sehr interessant, zu wissen, was unsere Politik-Systeme von Niemczech ist. Es war sehr interessant, wie die Niemczech sich über die Partei-Systeme in Niemczech befinden. Es war sehr interessant, wie die Niemczech sich überwinden, was Niemczech wird machen, wenn die Kinder anfangen, wenn die Kinder anfangen, und das ist so. Am besten gefallen hat mir im Programm der Kino-Besuch mit allen anderen Teilnehmern, weil wir einen sehr kritischen Film über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gesehen haben. Ich weiß, dass das für viele nicht einfach war, diesen Film zu sehen, und dass es ein sehr schwieriges Thema ist, und auch der Film eine bestimmte Art von Kunst war, die nicht jeder mag. Aber die Diskussionen im Anschluss davon waren sehr interessant, haben mir die Sichtweisen von den Ukrainern viel näher gebracht, und deswegen fand ich diesen Programm sehr, sehr wichtig. Ich denke, dass diese Projekte sehr wichtig sind für die Kinder. Ich denke, dass diese Projekte sehr wichtig sind für die Kinder. Weil die Kinder auf die Kinder zusammenarbeiten, die Kinder zusammenarbeiten und ihre Erfahrungen sind. Ich denke, dass diese Projekte sehr wichtig sind. Ich möchte mich auch noch mal im Namen des Politischen Jugendlichen ganz herzlich beim DJU bedanken, dafür, dass sie das auch überhaupt möglich gemacht haben, dafür, dass wir die Möglichkeit gehabt haben, Leute aus der Ukraine und Leute aus Deutschland zusammenzubringen. Spasiba, Borshoi, Jaquiu, warm, Dankeschön.